so läuft perfekt so ein kleiner gruß aus meinem büro mal eben heute und zwar haben wir eine neue marke bei uns mit an bord der herr franke von der firma jana herr franke kommt gleich mal ins bild wenn man das da hinten bei dem gegendlich ganz schwer sieht sozusagen kommen sie einfach mal um die ecke drumherum das sieht man doch besser so da ist herr franke herr franke ist von der firma jana und die firma jana macht seit 2000 haben sie gesagt seit 2000 produzieren die schuhe sind hier im nord im nord schon recht gut vertreten in einigen fachgeschäften aber was ganz toll ist die firma jana macht jetzt schuhe bis zur größe 45 und da dürfen wir natürlich nicht bei fehlen also hat der franke sich gedacht mensch komme ich doch mal vorbei und schau mal und zeig mal was es alles so gibt und es gibt tatsächlich eine ganze menge und zwar gibt es diese ganzen modelle hier schon bis zur größe 45 rauf in natürlich auch mehreren farben schwarz darf natürlich nicht fehlen des deutschen liebste farbe ist natürlich mit dabei zum beispiel super schicke ballerien ganz leicht super preis leistungsverhältnis alles aus leder gefertigt in haarweite also mal extra breit sozusagen und was ganz klasse ist alle mit wechsel fußbett das heißt also auch ja frauen mit mit problemen die einlegesohlen brauchen letztendlich kann man da hervorragend mit reinlegen es gibt hier slipper zum beispiel auch mit mit wechsel fußbett und sogar sandalen super leicht ich glaube die wiegt vielleicht gerade mal ich habe keine ahnung was wichtig 250 gramm vielleicht also super leicht und wie gesagt ein tolles preis leistungsverhältnis also freuen wir uns darauf da kann doch schon wieder der sommer glatt wegkommen herr franke baut das gerade hier auch mal auseinander sozusagen sehen wir gerade so wir müssen mal ein bisschen herum ich habe da irgendwie mal die sonne sozusagen im blick drinnen so nett da kann man sehen die neueste variante hier mit einem wechsel fußbett dann super soften leichten pu-boden für höchste ansprüche und das in einer 59 euro passlage was will man mehr 59 euro für eine ledersandale richtig klasse auch noch mit so einem sportlichen boden drumrum also das heißt wir freuen uns auf die neue kollektion von jana in größe 45 demnächst hier bei uns im webshop also sprich nächstes jahr in dem sinne bis dann ciao